Herr Dr. Meile, wer mit Übergewicht zu kämpfen hat, sucht sein Heil in irgendeiner Diät. Man hofft, mit einer Kostumstellung Gewicht zu verlieren. Die Erfolgsbilanz scheint aber fragwürdig zu sein. Wie beurteilen Sie das? Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die sich nur lebenslang behandeln lässt. Das muss man genauso betrachten wie andere chronische Erkrankungen. Diabetes oder Bluthochdruck muss lebenslang behandelt werden. Niemand würde ein Blutdruckmedikament nach wenigen Tagen wieder absetzen, nur weil der Blutdruck jetzt im Normbereich ist. Eine Diät muss genauso funktionieren. Das kann nur zu einer lebenslangen Gewichtsreduktion führen, wenn auch lebenslang die Ernährung umgestellt wird. Wann kam man eigentlich auf den Gedanken, übergewichtschirurgisch anzugehen? Die Anfänge gehen mehr als 30 Jahre zurück. Letztendlich wurde bei anderen chirurgischen Eingriffen entdeckt, dass als Nebenwirkung die Patienten Gewicht verloren haben. Das war bei diesen Patienten in der Regel gar nicht erwünscht. Man hat versucht, mit Ernährungsberatung eher gegenzusteuern, dass die Gewichtsreduktion nicht einsetzt. Die Eingriffe wurden adaptiert, umgewandelt und daraus entstanden die ersten adipositaschirurgischen Eingriffe. Hier im Hause gibt es eine gewisse Tradition mit Professor Kieninger, der wohl als einer der ersten, zwar mit offener Chirurgie, solche Eingriffe gemacht hat. Professor Kieninger war einer der Pioniere der Adipositaschirurgie in Deutschland, der bereits vor 20 Jahren enorm viele Patienten damals mit dem Eingriff nach Mason versorgt hat und auch durchaus enorme Erfolge erzielen konnte damit. Weit verbreitet ist ja die Ansicht, Übergewicht, also Fett, ließe sich beim plastischen Chirurgen absaugen. Ist das eine mehr oder ist da was dran? Beim plastischen Chirurgen lässt sich zwischen drei und fünf Kilo Fett absaugen. Es handelt sich dabei auch um das subkutane Fett, was eigentlich gar nicht das Problem Fett ist bei den adipösen Patienten. Viel problematischer, weil endokrinologisch aktiv ist das Fettgewebe im Bauch. Das lässt sich nicht absaugen. Und ein weiteres Problem ist, dass sich bei gleichem weiter fortgeführtem Essverhalten beziehungsweise Lebensführung das Fettgewebe auch relativ schnell wiederbildet, wenn man es nur absaugt. Ist es korrekt, dass seit 1954 das lapraskopische Verfahren des Gastric Bandings in Deutschland minimalinvasiv durchgeführt wird? Also statt großer Bauchschnitte setzt sich zurück auf kleine Inzessionen durch spezielle Instrumente. Also das Gastric Bending wird heutzutage lapraskopisch durchgeführt, meines Wissens nach nicht seit 1954. Okay, aber wie kann man sich eigentlich das minimalinvasive oder lapraskopische Operieren vorstellen, wenn Sie das mal für Laien erklären? Bei der Lapraskopie wird zunächst die Bauchdecke mit Kohlendioxidgas angehoben, was zwischen die Darmschlingen und die Bauchdecke geblasen wird. Dadurch entsteht wie ein Überdruckzelt als Kuppel die Bauchdecke und ein Raum, in dem überhaupt operiert werden kann. Und dann wird durch ventilartige Röhren, die nennen sich Drukare, eine Kamera und Instrumente in die Bauchhöhle eingebracht, wo dann durch Schnitte in der Größenordnung zwischen 5 und 12 Millimetern im Durchmesser operiert werden kann. Erfordert dieses Verfahren nicht besondere Geschicklichkeit des Chirurgen? Er arbeitet ja nicht mehr so wie der Chirurg bei der offenen Operation, dass er die Organe, die Situation ertastet. Er sieht sie auf dem Monitor, wenn auch hochauflösend, und muss dann sehr diffizil mit den Instrumenten vorgehen. Ja, das muss man aber beim offenen Operieren auch. Also ich glaube, das ist mehr eine Frage des Trainings, was geübt wurde und was der Chirurg gut beherrscht. Labraskopisch kann man genauso gut operieren wie offen. Das ist eigentlich nur eine Frage, was einem besser liegt. Ist es nicht schwieriger? Nein. Die Lernkurve größer? Nein. Das behaupten manche Kollegen oder ältere Chirurgen, wollen sich dann nicht mehr umstellen auf dieses Verfahren. Wissen Sie, ältere Chirurgen haben ihr Leben lang offen operiert. Und die haben als fertig ausgebildete Chirurgen Labraskopie machen müssen und sind ganz anders an so eine neue Technik herangegangen wie Chirurgen, die damit groß geworden sind und viele Eingriffe gar nie anders kennengelernt haben. Heute ist der Begriff der Adipose, das Chirurgie, auch in der Öffentlichkeit bekannt. Und offenbar existiert da eine Nachfrage, eine zunehmende Nachfrage von Patientenseite aus, sich das Übergewicht weg operieren zu lassen. Wobei das etwas simpel formuliert ist. Dennoch, weshalb sind offenbar viele Menschen bereit, sich am Magen operieren zu lassen, obwohl der gesund ist? Das Problem der Adipositas spielt sich nicht im Bereich des Verstands ab, sondern im Bereich des Hunger- und Sättigungsgefühls. Ein adipöser Patient spürt nicht den Punkt, wann er satt sein müsste, sprich wann die richtige Menge Nahrungsmittel aufgenommen wurde. Mit der Folge, dass letztendlich der Verstand entscheiden sollte, wie viel Essen heute benötigt wird und der Verstand ist damit eigentlich völlig überfordert. Die Adipositas-Chirurgie verändert genau das. Die Adipositas-Chirurgie erreicht, dass der Magen zum richtigen Zeitpunkt das Signal, ich bin satt, ans Gehirn sendet. Und damit letztendlich der Zustand, wie er sein sollte, dass der Patient ein Sättigungsgefühl spürt, wiederhergestellt wird. So gesehen, ich glaube, die Frage, ob der Magen wirklich gesund ist, ist noch gar nicht wirklich abschließend geklärt. Ich meine, das ist ein ganzes System. Es spielen viele Dinge eine Rolle. Weil es nicht nur der Magen gibt, es gibt Hormone, die dabei eine Rolle spielen, Nervenimpulse, feststeht, dass beim adipösen Patienten nicht das Sättigungssignal zum richtigen Zeitpunkt ans Hirn gesendet wird. Immer mehr Kliniken bieten heute die Adipositas-Chirurgie an. Es besteht ja eine zunehmende Nachfrage. Aber ohne, dass Sie als Zentrum noch ausgewiesen sind, also nicht die Expertise und Routine auf diesem Gebiet haben. Was macht ein Zentrum aus? Der Chirurg ist nur Teil einer erfolgreichen Adipositas-Behandlung. Da gehören psychologische Behandlungen mit dazu. Da gehören entsprechende ernährungsmedizinische Ernährungsberatungstechniken dazu. Da gehört natürlich auch mit dazu, dass endokrinologische Ursachen entsprechend abgeklärt, ausgeschlossen werden für die Adipositas. Und es gehört einfach auch eine entsprechende Expertise bei den Durchführenden dazu, um auch in der Nachsorge die Patienten richtig weiter behandeln zu können. Und ich glaube, zu einem Zentrum gehören einfach alle diese Komponenten dazu als Ganzes. Auch beispielsweise als abschließenden, wenn der Patient dann abgenommen hat, plastischen Chirurgen, der vielleicht überschüssige Haut dann entfernt. All das, denke ich, gehört einfach zusammen in ein Zentrum. Wenn es nur in Einzelteilen angeboten wird, kann der Patient nicht das gleiche Ergebnis erwarten. Braucht es eigentlich besondere Fertigkeiten, Übergewichtige zu operieren? Kann man das jedem Visterat-Chirurgen zutrauen? Übergewichtige Patienten stellen schon erhebliche zusätzliche Herausforderungen dar. Das beginnt bei der Anästhesie, die selbstverständlich sicher durchgeführt werden muss. Aber auch viele Dinge bei der Operation sind anders. Sie müssen mit größeren Kräften, Scherkräften bei der Labraskopie in der Bauchdecke rechnen. Sie kommen an viele Stellen nicht hin. Sie müssen manchmal besondere Materialien verwenden, um überhaupt operieren zu können, sodass schon eine Expertise vorhanden sein muss. Sie brauchen auch eine besondere Ausstattung. Reguläre OP-Tische sind beispielsweise nur bis 130 Kilo überhaupt zugelassen. So gesehen kann schon daran der Eingriff bei einem 160 Kilo Patienten scheitern. Ich meine jetzt mal die Fertigkeit des Chirurgen. Der braucht ja Routine, gerade bei solchen Risikopatienten zu arbeiten. Das ist ja kein, sagen wir mal, kein Standard. Ja, Sie müssen sehr planvoll vorgehen bei diesen Eingriffen. Sie müssen eigentlich immer nach dem gleichen Schema arbeiten, damit der Eingriff sehr standardisiert und zügig durchgeführt werden kann. Zeit spielt bei Adipositas-Patienten durchaus eine Rolle. Wenn Sie dort zwei Stunden statt einer brauchen, wird der Patient das spüren hinterher, wenn er aufwacht. Sie brauchen aber einfach auch das Wissen, wie Sie mit manchen Problemen, die Sie bei einem Schlanken gar nicht bekommen, umgehen können. Wie Sie die Leber zur Seite kriegen, die vielleicht doppelt so groß ist wie beim schlanken Patienten. Sie müssen laparoskopisch nähen können, damit Sie entsprechende neue Verbindungen zwischen Darm und Magen oder Darm und Darm schaffen können. Sie brauchen letztendlich eigentlich eine sehr hochentwickelte laparoskopische Technik, zusammen mit Spezialwissen, was bei diesen Patienten Besonderes zu tun ist. Und es muss das ganze Team im OP natürlich beherrschen? Natürlich, da gehören die Narkose, die Anästhesie, die OP-Schwester und der Chirurg ganz zentral mit dazu, ganz klar. Also als Empfehlung an die Patienten, man tut gut daran, sich ein ausgewiesenes Zentrum mit entsprechender Routine und Expertise auszuwählen. Das kann man definitiv so sagen. Stichwort Rhabdomyolyse hat mit zwei Dingen was zu tun, wenn Sie das verhindern wollen. Sie müssen den Patienten adäquat lagern, müssen Sie wissen, wie Sie 200 Kilo auf dem OP-Tisch so fixieren, dann, dass der Patient nicht rutscht, keine Druckstellen kriegt und Sie müssen zügig operieren. Eine Rhabdomyolyse kriegt der Patient, wenn Sie fünf Stunden OP-Zeit haben, wenn der in einer Stunde fertig ist, müssen Sie damit eher nicht rechnen. Es ist wohl kein Geheimnis, dass es mit der Operation allein nicht getan ist, das haben Sie vorher ja schon erwähnt, nämlich dass die ganze Infrastruktur dieses Zentrums stimmen muss. Von der Erstberatung, von der Diätberatung über die psychologische Beratung bis zur Selbsthilfegruppe, bis zum plastischen Schirurgen. Ja, das stimmt so. Man braucht alle Teile. Sie müssen zu Beginn die Patienten gut selektionieren, die von operativen Methoden profitieren können. Wobei man hier sagen muss, in Deutschland sind wir da sicher noch relativ weit hinterher. Also andere europäische Länder operieren teilweise mehr als zehnmal so viele Patienten im Vergleich zur Anzahl Adipöser in der Bevölkerung, Belgien beispielsweise oder Schweden. Auch die Schweiz ist weit vor uns. Eigentlich ist Deutschland mit Spanien und Griechenland Schlusslicht in der EU bezüglich OP-Zahlen von adipösen Patienten. Ist das ein gesundheitspolitisches Problem? Ein Problem auch der Finanzierung? Bestimmt zum Teil. Ist den Kostenträgern nicht klar, dass wenn man so einen Eingriff mal finanziert, dass man dann in der Folge unter Umständen sehr viel mehr Geld spart? Diabetes verschwendet? Also ich glaube, es geht vorrangig ja darum, und ich glaube, das sollte auch das sein, was zählt, dass wir mit diesen Eingriffen ja nicht nur das Gewicht reduzieren bei den Patienten, sondern wir erreichen ja auch eine Reduktion vieler Nebenerkrankungen. Sie haben gerade schon Diabetes angesprochen. Beim RUY-Bypass gehen zwischen 60 und 80 Prozent der Patienten in eine Remission ihrer Erkrankung. Das heißt, die müssen keine Medikamente mehr einnehmen, haben einen normalen Blutzucker hinterher. Das lässt sich mit keiner anderen Methode erreichen, die momentan medizinisch verfügbar wäre. Und wir alle wissen, was Diabetes für Schäden anrichtet. Und das ist nur eine der Erkrankungen. Viele von unseren Patienten leiden unter anderem unter Bluthochdruck, die leiden unter Blutfetterhöhungen, die leiden unter Bewegungsstörungen, die haben Arthrose in den Knien, in der Hüfte, können teilweise noch gerade 100 bis vielleicht 500 Meter an einem Stück gehen. All das verbessert sich beim Großteil der Patienten, wenn das Gewicht reduziert werden konnte. Ganz besonders muss man da vielleicht auch erwähnen, dass einige der Eingriffe, da kann man den Schlauchmagen und den RUY-Bypass nennen, ja auch direkte Auswirkungen auf Diabeteserkrankungen haben, sodass nicht nur durch die Gewichtsreduktion sich die Erkrankung verbessert, sondern überproportional zur Gewichtsreduktion. Und ich glaube, da sollte man nicht nur das Geld betrachten, sondern wichtig und Aufgabe der Krankenkassen und der Versicherungsträger und des gesamten Gesundheitssystems ist ja, nicht Geld zu sparen nur, sondern die Patienten gesund zu machen. Und ich glaube, aus dem Grund sollte man das zwar auch betrachten, klar spielen auch ökonomische Faktoren eine Rolle, aber ich glaube, wenn wir eine Methode haben, die hocheffizient Gewicht- und Nebenerkrankungen bei wirklich sehr kranken Patienten behandeln und reduzieren kann, dann sollte man die auch, wenn sie angezeigt sind und indiziert sind, anwenden. Und es gibt ja in Deutschland eine S3-Leitlinie, wo sehr genau interdisziplinär festgelegt ist, welche Patienten eine OP bekommen sollten und bei welchen andere Methoden angewendet werden sollten. Vergessen Sie nicht die Volkskrankheit Schlafapnoe, die ja auch eine lebenslange Therapie ist mit dem Atemtherapiegerät, aber wir wissen, wenn Patienten wirklich Gewicht verlieren, verschwindet sehr oft die Schlafapnoe. Die Schlafapnoe gehört zu einem der am häufigsten durch Gewichtsreduktion sehr gut therapierbaren Erkrankungen. Die meisten Patienten, die zu uns bei OP mit einem Beatmungsgerät zur Schlafapnoe-Therapie kommen, benötigen das ein Jahr später nicht mehr. Nun, jeder chirurgische Eingriff birgt natürlich Risiken für das Leben. Und besonders adipöse Patienten sind Risikopatienten. Sie leiden an verschiedenen Komorbiditäten. Wie groß ist das Risiko, durch die Operation einen Schaden zu erleiden oder im Verhältnis zu dem Risiko, wenn man die Operation nicht macht, dass man dann an anderen Erkrankungen verstirbt? Das Risiko, durch Adipositas mit zum Teil noch relativ moderaten Nebenerkrankungen, wie beispielsweise in dem Bluthochdruck, zu versterben, liegt schon relativ hoch. Also über 15 Jahre sind wir da etwa bei der Größenordnung 20%. Wenn noch ein Diabetes dazukommt, sind das eher 40% Wahrscheinlichkeit, an Adipositas plus Diabetes zu versterben. So gesehen hat die Erkrankung durchaus ein erhebliches Potenzial. Die OP alleine hat ein sehr, sehr geringes Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Komplikation wie eine Anastomoseninsuffizienz beispielsweise zu entwickeln, liegt so im Bereich zwischen 1 und 2%. Die Wahrscheinlichkeit, an so einem Eingriff tatsächlich zu versterben, liegt in der deutschen Qualitätssicherungsstudie bei der Hälfte der Wahrscheinlichkeit, an einer Gallenoperation zu versterben. Und die wird häufig gemacht, ja? Die Gallenoperation wird in Deutschland so etwa zwischen 170.000 und 180.000 Mal durchgeführt pro Jahr. Das ist also so gesehen ein wirklich sehr häufiger Eingriff. Liegt in der Qualitätssicherungsstudie der vergangenen Jahre die Sterblichkeit bei 4 Promille im Vergleich zur Sterblichkeit Adipositas-Chirurgie, Qualitätssicherungsstudie 2 Promille. Eine Lungenembolie oder eine tiefe Venenthrombose kann man ja durch Heparinisierung und ähnliche Maßnahmen weitgehend verhindern. Oder auch durch die schnelle Mobilisation der Patienten. Es spielt eine große Rolle, das richtige Management, um solche Komplikationen möglichst vermeiden zu können. Sie werden nie 100% der Patienten mit so einer Maßnahme vor Schäden bewahren können. Wir antikoagulieren die Patienten sehr intensiv. Die bekommen vom Prinzip eine Vollantikoagulation postoperativ, weil wir das Blutungsrisiko als geringere Gefährdung für den Patienten einschätzen. Eine Blutung kann ich in der Regel chirurgisch angehen und stillern, wenn sie auftreten sollte. Sie bekommen aufblasbare Antithrombose-Strümpfe, die eigentlich Goldstandard der Thrombose-Prophylaxe im mechanischen Bereich sind. Und ganz wichtig, die Patienten müssen bereits am OP-Tag das Bett verlassen. Wir legen keine Urinkatheter, wenn das nicht zwingend erforderlich ist, aufgrund von anderen Ursachen beim Patienten. Wir wollen, dass die Patienten bereits ein bis zwei Stunden nach dem Eingriff das Bett verlassen. Und das ist die beste Thrombose-Prophylaxe, die sie bieten können. Und wie sieht es mit der postoperativen Schmerzbehandlung aus? Setzen Sie da Spinalkatheter? Nein, das ist auch nicht notwendig. Das ist ein labroskopischer Eingriff. Die meisten Patienten kommen mit nicht-stereoidalen Antiflogistika wie Novagin oder Paracetamol sehr gut über die erste Nacht. Und danach benötigen die wenigsten Patienten überhaupt Schmerzmittel. Der Vorteil der labroskopischen Operation, ne? Stimmt. Ja, nach der enormen Gewichtsabnahme entstehen Hautschürzen. Die muss der plastische Chirurg reparieren. Was passiert, wenn diese Menschen wieder zunehmen, wenn sie sich also nicht an ihre diätetischen Regeln halten, dann passt der Körper nicht mehr in die Hauthülle. Lässt sich dieses Problem lösen? Wenn das langsam passiert, wird die Haut mitwachsen. Problematisch wird so etwas, wenn ein Patient sehr schnell wieder zunimmt. Man versucht dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, dass wir nicht die Fettschürzen-OP sofort durchführen, wenn der Patient sein stabiles Gewicht erreicht hat, sondern der muss schon mindestens ein halbes Jahr bei diesem Gewicht auch bleiben. Und die wenigsten Patienten, die es geschafft haben, ein halbes Jahr und plus Gewichtsreduktion sind wir ja da etwa zwei Jahre mindestens nach dem bariatrischen Eingriff, die wenigsten Patienten nehmen dann sehr schnell wieder zu. Das passiert eigentlich nur dann, wenn irgendwelche technischen Defekte auftreten, wie beispielsweise bei Patienten mit Magenbändern, die geplatzte Cuffs entwickeln können oder auch verrutschen können und dann von einem Tag auf den anderen keine Wirkung mehr zeigen. Dann kann es zu einem relativ schnellen Gewichtsanstieg kommen. Herr Dr. Meile, Sie haben eine sehr große Erfahrung mit dieser Operationsmethode. Würden Sie sagen, das ist ein Wundermittel gegen Adipositas? Oder darf man es nicht so überschätzen, weil auch sehr viel Eigenengagement des Patienten dazu gehört? Ich glaube, das Wundermittel gegen Adipositas gibt es bisher nicht. Die bariatrischen Eingriffe sind wunderschöne Methoden, die enorme Hilfestellungen für die Patienten bieten können, die auch, wenn man die medizinischen Daten dazu anguckt, Gewichtsreduktion in einem Bereich erlauben, was mit keinem konservativen Mittel nur im Ansatz zu erreichen ist, auch bezüglich langfristiger Erhalten der Gewichtsreduktion. Wichtig ist trotzdem, dass der Patient weiterhin die konservativen Dinge nicht komplett vergisst. Ich glaube, man muss sich die metabolische und bariatrische Chirurgie als zusätzliche Säule der Gewichtsreduktionstherapie vorstellen. Sie müssen sich vorstellen, ein Patient, den wir operieren, dann würde der sich von Eiscreme, Schokolade und Sahne ernähren, als Mittagessen. Dann würde das nicht funktionieren, das Verfahren. Das tun die wenigsten Patienten so etwas. Das ist auch jedem klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber wenn wir jetzt Salzkartoffeln beispielsweise nehmen, dann wird der Patient besser abnehmen, als wenn er Bratkartoffeln kocht. Wenn er ein Stück Fleisch sich zubereitet, dann kann er das in der Pfanne mit ein bisschen Wasser andünchten oder er könnte es in die Fritteuse werfen. Der Kalorienunterschied ist sicher enorm. Dem Magen ist es letztendlich egal. Denn ein großer Unterschied nach einer bariatrischen Operation im Vergleich zu gesundem Sättigungsgefühl ist, es wird eher Volumen gemessen als Kalorien. Ein Kind, das zwei Stücke Schokolade gegessen hat vor dem Essen, das ist satt, das ist sein Mittagessen nicht. Ein Patient, der einen Schlauchmagen hat und zwei Stücke Schokolade gegessen hat, der spürt davon nichts. So gesehen, je niederkalorischer die Auswahl stattfindet, umso besser das Ergebnis. Das Gleiche gilt für Bewegung. Ein Patient, der sich bewegt, verbrennt zusätzliche Kalorien. Warum sollte das nach einem bariatrischen Eingriff nicht genauso hilfreich beim Abnehmen sein, wie mit einer Nahrungsumstellung? Selbstverständlich hat das die gleiche Wirkung und sollte natürlich auch möglichst stattfinden. Gibt es auch Fälle, gibt es auch Patienten, wo Sie von einem solchen Eingriff abraten würden? Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist die psychische Stabilität beim Patienten. Das ist auch bei uns jetzt bei der Abklärung ein Teil, was über die Psychosomatik stattfindet, wo geguckt wird, wie reagiert der Patient. Das kann man natürlich nie hundertprozentig vorhersagen, aber wie erwarten wir, dass der Patient auf eine Gewichtsreduktion reagiert? Beziehungsweise auch, wie ist denn das Essverhalten von dem Patienten? Wird der Patient in der Lage sein, seinen Körper entsprechend zu spüren und zu reagieren auf Signale aus dem Körper? Ja, ich bin satt. Okay, ich esse nicht weiter. Eigentlich das Natürliche empfinden wir alle. So würde man eigentlich auch denken, das funktioniert normalerweise. Bei 95 Prozent der Patienten funktioniert das auch. Einige Patienten hören darauf nicht und essen trotzdem weiter. Solche Patienten sollten vorher eine entsprechende Nahrungsschulung beispielsweise über das Esskonzept erhalten. Wie steht es mit Patienten, die an kognitiven Einschränkungen, also Alzheimer und sowas, leiden? Kann man die für so eine Operation in Erwägung ziehen? Alzheimer-Patienten wären sicher eine Kontraindikation. Allerdings gibt es sehr viele junge Patienten, die eine gewisse kognitive Einschränkung haben. Die sind nicht dement, aber leben zum Beispiel in einem betreuten Wohnen, haben einen beschützten Arbeitsplatz, die sehr häufig natürlich über konservative Maßnahmen überhaupt nicht zugänglich sind. Weil es gerade für einen Patienten mit eingeschränkter Intelligenzleistung natürlich noch schwieriger ist, Ernährungsempfehlungen komplett umzusetzen. Aus meiner Erfahrung funktionieren bariatrische Eingriffe bei diesen Patienten sehr gut. Wir haben vor einigen Jahren eine Serie von zehn Patienten mal nachverfolgt und die Gewichtsreduktion war genau vergleichbar zu allen anderen Patienten, die wir operiert hatten. So gesehen, ich sehe das nicht als Kontraindikation, sondern ich sehe sogar solche Patienten als besonders geeignet. Wie steht es mit übergewichtigen Jugendlichen? Kann man die auch durch solche Operationen auf einen besseren Weg bringen? Ich glaube, bei Jugendlichen ist es, wie bei Erwachsenen auch, man sollte zunächst ausschöpfen, was an anderen Möglichkeiten besteht. Die meisten Jugendlichen haben bessere Voraussetzungen, konservativ erfolgreich sein zu können, weil der Körper noch gesund ist, noch funktioniert, Sport beispielsweise noch möglich ist, was 20 Jahre später vielleicht sehr schwierig sein wird. Es gibt auch Jugendliche, wo man an Grenzen stößt, wo auch über bariatrische Eingriffe nachgedacht werden muss. Sie müssen sich nur vorstellen, Sie haben beispielsweise einen 16-jährigen Jungen, der geht beispielsweise in die 12. Klasse, möchte sich eigentlich beim Finanzamt bewerben, wiegt 180 Kilo, der wird keinen Job finden dort. Und was soll ich jetzt machen mit dem? Mit 180 Kilo sind die Chancen in einer konservativen Gewichtsreduktion extrem gering. Und für solche Patienten kann man durchaus darüber nachdenken, ob nicht bariatrische Verfahren, speziell wenn jetzt die körperliche Entwicklung abgeschlossen ist, ein gutes Verfahren sind. Da können Sie eine Lebenskarriere ins Positive wenden. Stimmt. Wir haben auch vorher den Terminus verwendet, metabolische Chirurgie. Das heißt, man könnte diese Methode auch anwenden bei Menschen, die nicht übergewichtig sind, die aber unter Diabetes 2 leiden. Und dann ist ja nach der Operation der Diabetes einfach verschwunden. Ja, man muss sagen, in die Leitlinien der amerikanischen Diabetes-Fachgesellschaft ist die bariatrische oder eigentlich in diesem Fall metabolische Chirurgie mittlerweile aufgenommen und als ein Verfahren der Diabetes-Therapie aufgeführt im Schema. Es gibt mittlerweile Studien, die ganz klar beweisen können, dass die metabolische Chirurgie bei entgleistem Diabetes allen anderen Verfahren auch bei nicht adipösen Patienten überlegen ist. Und es gibt auch Studien, die zeigen konnten, dass konservative Gewichtsreduktionsverfahren auch sehr intensiv betriebene in der Diabetes-Remission nicht vergleichbar sind mit operativen Verfahren. Also sind wir mittlerweile bei 1a-Evidenz. Das heißt, das ist das höchste Evidenzlevel, was in der Wissenschaft erreichbar ist. Weiß man, wie das Outcome nach mehreren Jahren, nach fünf, nach zehn Jahren ist? Hat man da schon Erfahrungen? Die SOS-Studie aus Schweden hat das vor 20 Jahren schon untersucht und hat natürlich ein gewisses Wiederauftreten des Diabetes festgestellt. Allerdings sind wir auch nach zehn Jahren in dieser Studie immer noch bei etwa 25 Prozent Remission der Diabetes-Patienten. Die war in den Zwei-Jahres-Daten, beziehungsweise direkt nach OP, besser, die Remission. Aber man muss sich ja vorstellen, Diabetes ist eine chronische Erkrankung und wir müssen die Spätschäden fürchten. Der erhöhte Blutzucker selber wäre ja gar nicht so schlimm, wenn da nicht die Spätschäden wären. Und wenn ich einem Patienten zehn Jahre diabetisfreie Zeit schenken kann, schenke ich ihm zehn Jahre ohne Spätschäden. Herr Dr. Meile, für diese interessanten Informationen herzlichen Dank. Vielen Dank.